Warte, wo ist denn das? Hatta! Ich kann noch zwei machen. Ich kann... Ey, Pauli! Danke, Paul. Herzchen-Spam für Paul, Leute. Ey, danke schön. Heidi, Leute. Erster. Ich glaube, Suarez, ne? Suarez. Oh! Ich wusste gar nicht, dass es den auch noch gibt. Habinho, Leute. Ich mache immer 19 zu 3. Ich mache immer... Ab jetzt immer 19 zu 3. Ich trottel. Ich trottel. Ich habe einfach vergessen, dass ich nur 19 Sieger hatte. Ich wollte eigentlich Gold einspielen. Aber uff. Was ist passiert? Uff. Sehr, sehr geil, Leute. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Fabinho, den spiele ich nicht in der Innenverteidigung, Leute. Er wird mein Stürmer werden. Sieht man auch nicht alle Tage. Genauso wie ist er. Tatatatata. Fabinho, was machst du hier? Masha war gut diese. Gut diese. Ey, Fabinho, Leute. Was ist das für ein Stream-Comeback? Aber jetzt... Ne, Shigi muss auch öffnen, Leute. Heidi, nochmal. Neun, halte. Drei, zwei, eins. Suarez. Wir brauchen Suarez. Au. Ey, die sind aber auch nicht schlecht. Ich habe den von... Ich habe den... Ey. Mit denen kann man echt zufrieden sein. Thiago Costa, danke dir für dein Abo. Mit denen kann man ja echt zufrieden sein, ne? Welchen Spieler würdet ihr nehmen? Also das sind gute Rewards, Leute. Ich vergesse jetzt immer auf 20 zu spielen, ne? Ich beginne gleich mal mit einem Ramos 50k-Pack. Also Sergio Ramos hat uns in letzter Zeit so viel Glück gebracht, ne? Oh. Come on. Come on. Ah. Ey, geil. Oh Gott. Tot. Warte hin. Hummels. Ey, geil. Hummels. Alter. Wo ist der Hashtag SR4, Leute? Er hat schon wieder diesen gemacht. Ah, klappt er nicht so gut. Ja, Hummels ist echt gut für ihr Best, Leute. Ähm, was haben wir noch da? Ja. Ja, ein paar Spieler. Kannst du eigentlich Skifahren? Ich konnte mal Skifahren. Aber ich kann jetzt nicht mal mehr Frauenligastütze, Leute. Ich schaff gar nichts. Im Form. Keine Ahnung, wer du bist. Nächstes Pack, Save Future Star. Ich hoffe es. Boah, hab ich abonniert. Danke dir, Bobo. Oh, komm, komm. Jetzt braucht ihr euch Stürmer. Oh, was? Aber Sadio, man, nee. Geht auch klar. Darf man, Drastow. Grüße dich. Pah, ich hab mich mal, ich hab mich gerade richtig erschreckt, ne? Nein. Er ist wie Antoine Griezmann. Einfach untillable. Ich weiß nicht, warum. Das sind die Rivals-Packs. Ah, ja, stimmt. Das sind die Rivals-Packs, Leute. Was haltet ihr von einem Shiggy-Pack, Leute? Abfahrt. Shiggy. Kuss geht raus. Let's go. Kröte. Mach was. Ich hab dich in der Insta-Story gehypt, okay? Du musst endlich wieder Lifesong zeigen. Du hast schon so lange keinen guten Spieler mehr getrunken. Shiggy. Ries. Ries. Yo, come on, come on. Yo, Shiggy. Ja, wer? Ratschein. Teddy Fox. Uppermikano. Shiggy. Leute, Shiggy regelt einfach schon wieder. Zu krass. Zu krass. Shiggy ist anders, Leute. Anders wie Thomas. Wow. Nein. Ist er untrade, oder was? Der ist nicht untrade. Leute, sagt das nicht. Der ist tradable, oder? Der ist doch tradable. Warte, ich gucke mal. Yo. Und die Beta ist auch am Start. Wer braucht den Impfung, wenn man Beta hat? Leute. Yo, Funky Hunter. Grüße dich. Danke dir für den VIP-Sub. Yo, tradable. Leute, das Pack ist tradable. Das Pack ist einfach tradable. Ey. Ey. Geil. Geil. Der hat 68 Ausdauer, Leute. Den verkaufen wir. Ey. Ich muss euch kurz einen Ausschnitt zeigen aus meinem heutigen Vlog. Ey. Ich musste mich so totlachen. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich das... Ne. Das war auch geil. Ey. Jetzt hat er gut erwischt. Aber... Passt jetzt gleich auf, okay? Ey. Ich musste jetzt so lachen beim Schneiden. Ich muss jetzt so lachen beim Schneiden. Jetzt. Ich muss jetzt so lachen beim Schneiden. Ich muss jetzt so lachen beim Schneiden. Der Moment, wenn der Kameramann besser trifft als die Spieler. Ich muss jetzt so lachen beim Schneiden. Ja. Ich muss jetzt so lachen. Ich muss jetzt so lachen. Ja. Das hat er nicht gemacht, Leute. Das hat er nicht gemacht. Er macht einfach zwei Versuche. Und sagt einfach am Ende zweimal. Okay, bitte Rohr schneiden. Dominik. Was ist los mit dir? Oh mein Gott. Zeig die Liga-Stütze. Okay, ich zeige euch das auch. Verschossen habe. Es war viel zu viel Kribbel im Körper. Ich dachte wirklich, die 90.000 Fans hingen mir zu. Und ja, ich habe die Nerven verloren. Leider Gottes. Andres war der bessere. Sein Team war das bessere jetzt. Aber wir kommen wieder. Geht's los? Eins. Zwei. Oh mein Gott. Jetzt ist es nicht so unbeich, der Jungs. Drei. Vier. Oh, oh, oh. Sech. Sieben. Ja. Warte mal, was machst du denn ganz genau? Ja. Zwei. 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 Äh, ich komme nicht drauf klar, Leute. Als Supersub kann ich mit dem mega geil... Oh! Wargott! Buscats! Cool, weil ich grüße dich! Pflege ist auch am Start! Buscats ist auch nicht... Ja? Griezmann ist untradable! Sonst würde ich den nie hergeben! Ich löse mal auf! Griezmann und Manet ist genauso wie... Wie Keh sind alle untradable! Tada! Ciao! Bester Mann für LateNightsFriends! Immer unterhaltsam! Danke dir, PC! Freut mich mega! Willkommen! Best! Das ist ein geiler Abschluss! Danke auch nebenbei für eure ganzen Instagram-Follows! Danke auch generell für eure ganzen neuen Abos! Danke auch an jeden einzelnen, der den Daumen nach oben gegeben hat! Das ist ein geiler! Das ist ein geiler! Du bist eine wichtige Reihe! Das ist ein geiler!